hallo leute hier ist der offerer shark und heute mal wieder ein neues video seit ziemlich langer zeit ein bisschen tut es mir wirklich leid dass ich so lange keine videos gebracht habe und also für euch ja ich hatte wenig zeit und so weiter und auch relativ wenig lust aber jetzt habe ich wieder ziemlich viel lust videos zu machen ich habe gestern abend die ganze zeit gedacht machst du noch ein video und dann habe ich gesagt nee 22 uhr machst du morgen und jetzt mal endlich dieses video und ja was möchte ich mach sagen ich möchte sagen dass ich heute abend um 19 uhr 19 uhr 19 uhr passt 19 uhr ein livestream auf twitch starte und zwar wird in diesem livestream wahrscheinlich die wolf kommen es kann auch sein dass mcp kommt aber wahrscheinlich wird das spiel die wolf auf der ps4 kommen falls es nicht kennt linke ein link dazu ist eine beschreibung und eventuell spiel ich noch mit anderen leuten zusammen die mit seinem anderen live streamer zusammen muss mal gucken eventuell vielleicht passiert das aber ich hoffe jetzt werde ich wieder ein bisschen mehr videos kommen zum thema website ich habe jetzt da lange nichts mehr dran gemacht und ich werde jetzt ich muss überlegen vielleicht werde ich vielleicht etwas komplett anderes darauf machen aber ja mal gucken ich werde ich werde mich dieses wochenende noch an die website setzen und vielleicht neues design dran drauf machen weil ich habe jetzt so ein magazin also booker sehen eigentlich wo halt so haben wir viele sachen über css draufstehen und da werde ich dann ein bisschen von lernen und alles ist geil an 60 fps das viel besser als auf der ps4 mit 30 fps ohne spaß und wie ihr seht habe ich auch ein skin habe ich schon mal gezeigt nicht da wei 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 alter jetzt wird auch der kopf angezeigt ist richtig auch ich der kopf angezeigt geil okay alles gut alles gut so dann es aber leider immer noch an nur haben wir wenig leute skinn 3 2 1 ja beste übersetzung es gibt auch so eine übersetzung auf deutsch auf lbsg servern und ja wie ihr seht ist wahrscheinlich ein bisschen fähig wie alles bei lbsg aber das sind wir ja gewohnt und wir spielen 2 games 4 was ich traurig finde ist dass e2 lbsg.net nicht mehr auf den 2 games server sondern auf den sky wars server verweist ja das ist nicht ein bisschen dumm ich werde jetzt verweisen alle also kundersatz schon richtig gut aus und habe es richtig an keinen mcp auch mehr gespielt ähm ja weil ich halt viele andere sachen gemacht durch eine ganze zeit gefaulen ist weiß ich wieder bock wir brauchen das noch neue schuhe weil wir haben so bildeschuhe mal gucken darf oh nein schade schade marmelade aber da sind wir doch schon gleich die nächste kiste und das für die skins das finde ich ziemlich 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 geilo ich glaube die sind ein bisschen bist du ja richtig würde es gehen nicht backen hätte ich die jetzt schon an und wäre jetzt nicht geklickt worden das wäre es ja ich bin mir richtig gut vorstellen dass das irgendwie mal von hinten kommt und toll ja nur wegen lbsg backen und das sonne ist relativ laut so jetzt ist er leise ähm ansonsten ja livestream kommt auf guckt auf jeden fall shoppen auf jeden fall vorbei ähm wenn wenn link zu meinem twitch kanal ist auch in der beschreibung wenn ihr mir folgt kriegt hier eine e-mail die wo ihr dann also kriegt der meine e-mail wenn ich anfangen zu streame ähm ja das ist relativ nützlich wenn ihr meine streams gucken wollt und das ist sogar schon voll iron also ich würde sagen gg well played danke danke an mich und ja lbsg naja ich freue mich schon auf meinen talks ich selber habe macht bin da nicht irgendwie moderator bilder oder admin oder sowas ähm ich könnte es vielleicht sein wenn ich mich beworben hätte aber ich habe selber nicht so viel zeit das merkt ihr auch an den unregelmäßigen youtube videos und deswegen wollte mir das nicht zutrauen weil es bringt was bringt ein moderatoren admin der online ist deswegen wollte ich sowas nicht machen aber isoic und gekillte ist die zurück denn ein schπει something ich sollte nicht ich habe ich habe ich habe aus dem grund ich sage mal ist direkt relativ offen wie gesagt gewinn 있지 direkt und so Keine Ahnung, ich sag das eher Ich sag das eher aus dem Grund, weil Für mich das klingt so mega nubig Oder also nicht jetzt nubig, sondern so So lustig So typisch PvP It's PvP HDLP So klingt das für mich, deswegen sag ich das immer Ich glaube ich sollte das unterlassen, weil Ansonsten klinge ich auch noch It's PvP HDLP Oder klinge ich genauso wie It's PvP HDLP Ja Ich fand das immer klang so So Ja und das sind hab ich's gesagt Ich glaube ich verstehe was ich meine Keine Ahnung, ein bisschen dumm Der Drag, der Drag, der Drag Aber ich hab so lange kein MCP mehr gespielt Alter fuck 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 Ah Boah, hätte ich das Essen nicht mehr bekommen, dann wär ich Verreckt Aber das Feuer ist echt böse Ich glaub das sollte ich auch mal einsetzen Aber es ist immer so schwer hier zu Äh zu Hotkin oder so Guck mal El Combata finale M.P. Sarah Icuatrominutos Ilus, Contras, Han, Sidos, Relenados Genau Das seh ich auch so Keine Ahnung was das heißt Die sollten zwar auf Englisch lassen Und nicht fail die Übersetzung machen Die sollten Ja Komm 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 Ich rack den, ich rack den Weil hätte er kein Speck, würde ich ihn waschen, ich rack'n Und würde er sich richtigen Oh, ich hasse den Ich hasse es 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 Boah, nerven Nerven mich so welche Typen Und dann auch noch ein Team Ey, genau 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 Aber Ähm Ist noch sonst würde ich sagen Für die erste Runde Noch langer Zeit Wollt es mal wieder Und klauen das Video Ähm Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr Lasst doch eine positive Bewertung da Vergesst Vergesst nicht Auf meinem Twitch Kanal Vorbeizugucken Link in der Beschreibung Heute Abend 19 Uhr Twitch Folgt mir am besten Dann kriegt ihr ne E-Mail Damit ihr es nicht verpasst Ähm Wahrscheinlich Evolve Eventuell auch MCPE Muss ich mal gucken Und Ja Falls ihr Oh nein Habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen Ähm Und ja Ansonsten Würde ich sagen Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Und jetzt werden wahrscheinlich Ihr nächster Set Öfter Videos kommen als Die letzten zwei Wochen Also bye bye